hallo freunde des geilen youtube sports grüße euch gibt es mal ein ja wieder mal dead by daylight let's play so soll weitergehen das let's play also zu schluss ein paar aufnahmen kommen jetzt da ich ja dieses nette dlc gestern beim stream ja man hat mir das geschenkt finde ich richtig geile sache an denjenigen der jetzt diese folge sieht recht herzlichen dank an dir dass du mir das ermöglicht hast ich spiele natürlich jetzt auch und ich habe habt ja oben fast eine millionen folge haben deswegen konnte ich mal level sie machen jetzt ein bisschen geld ausgeben ein bisschen leveln habe zwei runden gespielt ich stelle mich irgendwie doof an keine ahnung was los ist irgendwas mache ich falsch vielleicht hat ja der ein oder andere beim spielen gleich irgendwo tipp für mich wo sie okay da hat dann fehler oder ja es liegt daran oder keine ahnung wenn es euch auffällt irgendwie wo ich sage was könnte ich besser machen wenn ich für jeden tipp eigentlich gerne zu haben würde mich mega freuen mich da unterstützen wollen könnt der nächste stream kommt auf jeden fall eigentlich steht ja in meiner beschreibung drin so alle zwei tage aber vielleicht mal jetzt mal alle drei tage oder was keine ahnung ja ja auf jeden fall jetzt erst mal wieder ein bisschen was passieren und jetzt warten wir einfach mal dass jetzt irgendwelche knalltüten jetzt hier einfach mal in die lobby join die stream vergessen auf jeden fall top bombe muss ich sagen und das beste dazu ist ich habe jetzt somit jetzt zwei drei leuten da auch wieder durch durch das jedes mal wenn ich irgendwelche leute kennenlernen das passiert dann bei dead by daylight aber aber geil so und die die jetzt habe mit den leuten kann ich eigentlich sehr gut spielen muss ich sagen wie das funktioniert ja die talou mir die ist halt so eine so ein bisschen ich ich bevor es dann die anderen aber wenn sie will dann kann sie natürlich dann auch du 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 machen ja da gehen noch mal die grüße raus für die gestern beim stream dabei waren du ich dich ich und du müllers kuh hallo ich ein schweinchen so okay wir haben jetzt jetzt gucken wir uns mal ganz schnell was willst du noch eine runde ich mache gerade eine aufnahme so ich wollte mir das profil angucken eins zwei drei und vier so ok alles klar privates profil oh brandenburg sich die 22 ja schade man hat das profil jetzt so ändern dass man sich nicht das angucken kann wie viel spielstunden auch nordrhein-westfalen ja ich könnte jetzt eigentlich er ich mache einfach mal lauter freundschaft anfragen raus kloppen hier so wir brauchen mal leute zum dead by daylight spielen danach so und fürs nächste stream ist nicht mal schlecht ein paar leute zu haben ich will jetzt mal wieder ein bisschen was machen da diese sache mit codemasters und ja das ist der letzte reinfall gewesen ein oder anderen wie doch wenn ich was jetzt noch außer ich fand erst bis mein kollege ja wahrscheinlich mal post bekommen oder ich würde mal post bekriebe kriegen vor allen dingen so ich habe mir auf jeden fall eine neue cam gekauft das wurde heute überwiesen das heißt glück haben dass die bis mitte der woche oder ende der woche dass die hier ist bei mir wird eingerichtet weil ihr ihr merkt es ja wie es halt hier ja jetzt gehe ich mit dem mikro mit dem mit maul ans mikrofon und ich habe noch was anderes bestellt für die kopfhörer so eine halterung aber das zeige ich euch dann da machen ein kleines video dann nochmal davon und oder beim stream dann einfach mal ja bei der webcam habe ich einen schnapper geschossen das ist das nachfolge modell von das was ich sonst habe müsste aber glaube ich in der video beschreibung und muss das glaube ich stehen was für ich glaube 10 9 oder 20 was war ich habe das nachfolge modell davon für knapp 92 52 euro geschossen also wenn diese schnapper alte so runter man hat jetzt so viel fallen vor allem ich bin level 20 und ich hatte ganz am anfang hatte ich eine runde die waren auch level 20 aber hatten voll die ultra perks das alles auf lila und so und drang drei perks egal wie soll ich das schaffen vor allem ich bin dann hier keiner generator machen Oh, warte mal. Das gibt's doch nicht. Na, oh, Mensch. Das Messer wird doch eh wieder dreckig. Das Messer wird noch eh wieder... Nein, ganz knapp, das kann doch nicht wahr sein. Ich breche die Dresche, ey. Ah, komm her. Jawohl, fick die Hände. Geil. Oh, wo willst du denn so schnell? Hopp. Aha. Hopp. Aha. Hopp. Nein, aufhängen, genau so. Ja, ah, jetzt, ja. Ups, du alter Stinker. Wow, geil. Auf jeden Fall, äh, hab keinen Bock mehr meine Kopfhörer, äh, auf dem Boden rumfliegen lassen zu, äh, also so, äh, auf dem, auf dem Tisch. So, ich hab mir eine Halterung gekauft, auch von, äh, guck da, I see this. Jo, ich weiß, da ist ein Sprintbus drin, der bläde Kuh. Aber die Jacke ist ja geil. Die ist ja eine geile Jacke. Nein, mach doch nicht sowas. Okay, du rennst wieder zurück. Alles klar, komm, wir sind. Mit der Jacke, Saddi, ah, oh, das ist ja, äh, ja, ist gut, ist gut. Sehr geil. Sehr geil. Oh, oh, oh. Ach, und jetzt geht's natürlich wieder zurück. Hm, Tunnelblick, Tunnelblick. Ja, du weißt, dass die Palette nach unten ist. Da hieß er leicht vom Baum fest hier. Ah, davon läuft sie doch. Da ist er, da. Alter, oh, ich häng jedes Mal über hier. Ja! Was? Zu spät. Da, zu spät. Hier zu spät. Hier zu spät. Ja, mach doch mal. Äh, 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 äh. So, komm, komm. Zack! Ja, erst mal hier. Ach, komm, ich häng dich noch mal hin, was soll der Geiz. Dann hab ich wenigstens... Ach, guck. Nein, nein, nein! Ja, das hättest du wohl. Na! Das gibt's noch nicht! Ich sitze vorm Ha... Lol! Äh, hallo! Hörst du mal auf? Wo denn jetzt? Wie denn? Was denn? Darüber? Fick. So, mich jetzt verarschen. Alter, bin ich blind? Aha. Boah, ich hab die gesehen. Da, ein bisschen. Ha, ha, ha! Äh, nee, wie gold. So, was jetzt? Darf ich jetzt? Ja, komm. Wollen wir das Messer abwischen? Fühl ich das totaler Schwachsinn. Also, wird sowieso mal wieder dreckig. Los, komm! Aus, ey! Na, das ist ziemlich weit weg da hinten. Zauerei! Ein Generator nur noch. Also, ich bin irgendwie schlecht. Irgendwas? Boah! Hä? Merk' ich denn überhaupt noch was? Blasen an die Füße? Warte mal hier rüber. Ach da. Ach, das gibt's doch nicht. Na, komm, renn doch mal. Ist ja schlimm mit dir. Ah, da ist er doch, der alte Drecksack. Ja, Opa! Opa Waltraud! Ach, das gibt's doch nicht. Ja, mach ja so, wie da. So, die hat's gerade schnell zum Ausgang. Ja, ja. Das gibt's nicht. Mann, ich bin so schlecht. Was mache ich falsch, Leute? Was mache ich falsch? Also, ich wandere mit meiner Schnauze immer nach links weg. Tut mir leid, dass ich das gar wieder Hall gehört hab. Das gibt's nicht. Also, äh, ich setz schon falsch auf und so. Aber, äh, ich kapier's nicht. Liegt mir nett, Mann. Aber 10.000, ne? Aber ich krieg keine Punkte irgendwie. Wenn du an die 10.000 Punkte hast, dann wirst du irgendwann dran aufsteigen. Das ist ja ein bisschen merkwürdig gerade. Guck mal, die alle voll die Perks hier, weißt du, und ich immer. So, ne Schweinerei. So, da will auch keiner antworten. Jawohl, so. Das war aber eine Runde. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback, ob ihr euch irgendwas, keine Ahnung. Ey, man hat gesagt, ich soll da mitspielen, ne? Aber, äh, ähm, ja. Ich hab das jetzt, aber irgendwie fühle ich mich, äh, so verarscht jetzt gerade. Ich hab mir mal den Killer irgendwie ein bisschen was anderes vorgestellt. Oder erhofft, dass ich dadurch vielleicht irgendwie, äh, ja, äh, dass der Killer mir besser liegt. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja noch, ich spiele den ja noch nicht so lange jetzt. Ich werde auf jeden Fall noch zwei, dreimal spielen. Aber, ähm, in der Hinsicht her, ja, lasst Feedback bei. Ich würde mich freuen. So, ansonsten sieht man sich, äh, äh, ja, beim nächsten Mal. Das war euer Virus. Danke fürs Zusehen und macht's gut. Ciao. Ciao.